hallo hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal und heute ist der beginn einer neuen serie heute zu gast haben wir lily hier zum ersten mal dabei in einem meiner videos und wir machen wie viele kronen schaffen wir in duos in einer stunde mit anderen leuten werde ich das auch noch machen und dann am ende schauen wir halt wer ist der beste duopartner so let's go in die erste runde ihr wisst das gefühl ich krieg diskonnect ja jetzt ok bei mir ist jetzt erst gestartet alles klar mit einem ziel gut naja und polyplot ist nie also ich glaube wir kommen sogar weiter ja weiter obwohl ich mit zehn sekunden verspätung oder so gestartet bin ok gerade hat bei mir noch was auch am essen ja na nee jetzt schon Ja! Achtung! Abplatz! Ja! Sechstab! Jetzt ist es überleben! Ich hab' den! Ich hab' den! Ich hab' den! Wart du in Schrock? Ja, ich spring runter! Ja, ich spring runter! Dann mach ich's für alle ein bisschen kürzer. Geht da ein wo ich hingehe und dann sind wir safe. A few moments later Hab' ich ge... Ich bin schlecht. Äh... Äh... Ich glaub wir haben verloren. Ja, mein Skin ist reingeladen. Oh mein Gott, bin ich gut. Komm bitte! Ja! Komm! Schnell! Wink! 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 Alles klar! ja er macht er hat die Begegnung das Kind sind wir schon wieder reingeladen dort im Ende der Runde drin mann gott was für die Bittung nach was sie macht was sie ist Mordes kommt Okay, einfach doch, ich geh wo ich hingehe und dann bist du safe. Mäh. Was für ein... Flashback. Geht da ein, wo ich hingehe und dann sind wir safe. A few moments later. Hai gewesen. Hab ich geh... Bin ich... Ich bin schlecht. Mein Gott, wir sind solche Pros. Für das hätte man sich schon einen Win verdient. Birne. 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 Na! Ja, ich geh dann trotzdem weiter. Geil! Warum hast du nicht vertraut? Weil wenn eine Kneipe bei einem explodiert, fliegt man da kaum weg. Jetzt grebe ich einfach einmal, weil er ist eigentlich der Einzige, der mich immer abfeuert. Wui! Ich muss trainieren. Oha. Trainieren muss sein. Na ja. Ich weiß ja, dass du es gerne spannend machen willst, aber... Ja. Bye. Bitte, Lato! Bitte! Ah, schade. Noch einer, noch einer. Das raus. Okay, ich spend. Tschü. Tschü-Tschü. Überleben. Jo, Hexagon. Hexagon. Der Siege ist uns fast schon sicher. Bro. Bis zum nächsten Mal. Hör, aus. Seife. Wie knapp war's? Okay, der hat nur so viele Teile. Ich mach, ich tu jetzt Sweat Mode geh. Ey, hab ich schon erwähnt, der Sieger bekommt einen Preis. Der Sieger von der Serie. Welchen muss ich mir noch überlegen, aber... Wie ich eigentlich, dass er irgendeinen Preis kriegt. So als Ansporn gescheit zu spielen. Es lag, ich, ich das, ja, Disconnect. Was? Ich bin nicht Disconnected. Ich bin erst ein Chatpoint, zweiter Chatpoint. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich meine, es haben wir froh, dass wir nicht restarten haben müssen, aber... Trotzdem verstehe ich es nicht mehr. Ich bin schon raus, ich bin auch schon raus. Komm, es ist wieder Zeit zu carry. Nein, was machen wir... Nein, was machen wir... Gott. Was war das Gott von mir? Okay, aktuell sind wir weiter. Okay, jetzt bin ich raus. Aber ich war sogar letzter. Wir haben überlebt, wir haben überlebt. Und ich war als letzter raus wieder. Nein, das... Nein. Nein, weil der eigentlich nicht gut... Der Safe-Sport hat nicht funktioniert. Oh mein... Wir sind raus. Wir holen die ersten vier niemals wieder ein. Komm, den Ritter wie aber nur raus, rum. Ja, der Ritter ist raus. Mein Gott, wie viele Leute fliegen bitte aus. Ich glaube, wir haben einen Uplobe erwischt. Ja. Wie schon wieder so viel Leid aus ist. Da ich bin. Weil ich erster bin. Ja. Komm, du machst es. Dritter sind auch nur gute Punkte. Aufpassen. Ja, gut. Nein, nein. Oh mein Gott. Erster Auffo. Ja. Nein. Keine Ahnung. Ich gehöre. Und... Oh. Hä, wie? Ich hab das gesehen. Ich hab das gesehen. Was wurde das? Okay, jetzt auf das Finale. Ja, wahrscheinlich. Und? Ja, das wurde. Finale. Finale. Ach, bitte. Nein. Oh mein Gott. Aber ich kenne die Strats. Okay, am Anfang gehen wir links auf jeden Fall mal, damit wir diesen Speedboost mitnehmen. Ja, wir haben's. Ja, er hat ein Sieg. Nach einer guten halben Stunde haben wir also. Ja. Ja. Ja, wichtig. Ja. Ich bin hinter einem Tukan. Nein. Oha, was macht das so von mir? Man spricht da lieber nicht. Pinguin-Pullpark. Also, du weißt, wie man das spielt. Ja, da muss man Pinguin... Weil ich kann mich noch erinnern, Adrian hat das mal nicht gewusst. Was? Okay. Man muss den Pinguins festhalten, dann bekommt man Punkte. Ja. Richtig. Ja. Mein Pinguin. Ja, ich hab' wieder Pinguin. Ja. Okay, ich hab' jetzt auch... Ja. Ja. 30 Punkte. Sehr gut gemacht. Nein. Nein. Okay, aktuell sind wir weiter. Chale. Chale. Egal. Wir sind weiter. Ja. Das ist... das Beste. Schauer. Aber... Wochen einfach Taktik. So weit weg, wie nur irgendwie möglich vor anderen Spielern bleiben. Naja. Da sind die Zweiter Sieg! Zweiter Sieg! Zweiter Sieg! Geil! Okay, eine letzte Runde. Haben wir, glaube ich, nur Zeit. Okay, currently on my way to first play. Okay, wir haben einen Pro in der Lobby. Der kennt die ganzen Speedrun-Strats. Aber ich besiege ihn trotzdem. Erster. Ja, wir sind weiter. 2-3-3-4-6-7-5-1-2-3-1-2-3-1-2-6-2-7-1-0-1-2-7-2-3-1-1-2-1-4-8-1-1-3-1-1-1-2-3-2-2-1-4-2-2-2-2-3-2-2-1-1-2-2-1-2-2-2-3-2-1-2-1. Jetzt schaffst du es selber. Einfach nur springen, jetzt nochmal. Nein! Oh mein Gott, ich habe gefeiert. Oh! Man. Ja, ja. Ich komme wieder Erster. Das ist der erste! Endlich! Ja, der erste ist auch gut! Ja! Erster! Ah! Zweiter! Ja! Sicher? Ja! 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 Kappi! Warte! Kappi! Warte! Ok, bitte! das war sehr erfolgreich zwei wins back to back auf dem kann man aufbauen schauen wir mal ob es für einen gewinn der serie reicht ich zweifle zwar dran aber wer weiß wie gut die anderen sind vielleicht sind das ja welche die ganze zeit fehlen so dann mal ciao bis zum nächsten mal ja